Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu Orakel Nr. 49 bei dieser Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich und damit zum ersten Halbfinale zwischen England und den USA. England nach den starken Partien gegen Kamerun und Norwegen sicherlich nicht als Außenseiter zu bezeichnen und daher schauen wir mal, was uns das Orakel für den Ausgang dieses Spiels prophezeit. Es geht direkt gut los für die USA und dem ersten Treffer durch Crystal Dunn. Dann haben wir Nila Fischer von Schweden, Skinnes Hansen, Norwegen, Möwold ebenfalls Norwegen und das Mannschaftsfoto des deutschen Teams. Weiter geht's mit Stickerpäckchen Nummer 2. Und Daniel van de Donk aus den Niederlanden, Linda Dallmann aus dem deutschen Team, Ariyoshi Japan Ich sehe aus Japan, Leighton aus Chile und das war es schon wieder mit dem zweiten Päckchen. Die USA weiterhin knapp mit 1 zu 0 in Führung und wir schauen, ob sich da noch mit dem dritten Päckchen was ändert. Das beginnt mit Pereira für Spanien, Kim aus Südkorea, Akaba Kamerun, Lisa Evans, Schottland und Monika Brasilien und somit gewinnen die USA das erste Halbfinale gegen England mit 1 zu 0 und ziehen ins Finale, das am 7. Juli in Lyon gespielt wird ein. Dein Tipp für den Ausgang dieses Spiels solltest du unbedingt unten in die Kommentare schreiben, wenn du es bisher noch nicht getan hast. Vergesst auch nicht, dem Video noch ein Däumchen nach oben da zu lassen und dann sehen wir uns am morgigen Mittwoch zum zweiten Halbfinale zwischen den Niederlanden und Schweden wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss!